Herzlich willkommen zurück zu Mafia Teil 1. Ja, hier ist die Goretti und wir nähern uns mit ganz großen Schritten dem großen Finale. Ja, letzte Lucas-Bertone, letztes Lucas-Auto, kein Polizist in der Nähe. Ich muss nämlich jetzt dieses Schloss da abschießen. Weg ist es. Und, oh Gott, Hunde, geht weg. Geht weg, geht weg. Weg mit hier. Oh, Glück gehabt. Da ist noch ein Hund. Die tun mir nämlich richtig weh. Ist sonst noch irgendwo hier ein Hund? Ja, hier. Weg. Drei. Vier. Ah, Waffe nachladen, wegstecken, sehr schön. Und rein in das neue Auto. Juhu, das wäre geschafft. Das heißt, jetzt geht es nur noch, ja, zu Sam. Mal schauen, was er uns so anbieten kann, um uns vor wen auch immer zu retten. Oh, ah, was machst du, Boretti? Ah, da habe ich einmal ein bisschen zu lange gelenkt. Das ist ein bisschen blöde. Kann schon mal passieren, mein Gott. Himmel. Ja, unser anderes Auto. Aber warum steht ihr denn alle hier so krumm und schief und fahrt nicht weiter? Verstehe nicht. Ach, die kommen da wieder nicht aus dem Quark. Alles klar. Sollen sie mal machen. Ja, das hier ist, wie gesagt, das letzte Auto, was wir von Lucas Bertone bekommen. Meine ich zumindest. Und ich meine, ich habe dann auch alle Autos geholt, die man so kriegen kann. Ich bin mir jetzt aber auch nicht so sicher. Wenn doch nicht, dann... Ja, dann eben nicht, ne? Ach, das hat so wieder Spaß, ja. Nee, das Spiel, das gefällt mir nach wie vor. Aber das habe ich schon so oft erwähnt. Was soll ich da nochmal erwähnen? Und nochmal erwähnen. Ihr wisst es ja. Oh, Polizei, lass uns mal ein bisschen langsamer fahren. Tommy, es tut ja nicht Not, dass sie uns schon wieder erwischen. Und uns anhalten wollen. Uns kostbare Zeit klauen. Etc. pp. Ach, Straßenpolizei ist ja, ja. Ja, komm. Du schaffst es sowieso nicht hinterher zu kommen. Von daher, macht dir nicht die Mühe. Ähm, ja, aber jetzt steht da hinten ein... Nicht mehr ein Straßenpolizist, sondern ein ganz normaler Streifenwagen. Und der würde uns schon hinterher düsen. Deswegen machen wir das ganz easy going hier. Ist doch prima. Juhu. Ach, grün. Grün. Komm, grüner wird's nicht. Zack, zack. Wir haben nicht den ganzen Dachzeit. Sam wartet. Mensch. Mensch, der Sam wartet auf uns. Ja, ist ja gut, mein Freund. Ist ja gut. So, aus dem Weg, Leute. Ja, und da wären wir ja auch schon, ne? Beim Kunstmuseum. Juhu. Sam, mein Freund, hilf mir. Hilf mir, Sam. Ähm, sehr schön. Naja, kleine Beule reingefahren, aber passt schon. Und das soll eine Familienkutsche sein zum Entfliehen? Fliehen? Da passen ja gerade mal wir rein. Also bitte. Ach, Männer. Überhaupt keinen Sinn. Für vernünftige Autos. Oh, ich muss eins entsorgen. Ja, welches tue ich denn entsorgen? Welches gönne ich hier? Den Celeste Marquis gönne ich dem Boss nicht. Der Tod der Kunst. Yeah. Hm. Ja, hallo. Halt, Arschloch. Oh, scheiße. Überraschung. Na, toll. Das nenne ich ja mal Hilfe. Du hast nicht zufällig das hier in Paulys Haus gesucht? Sam, was ist hier los? Ich dachte, wir treffen uns allein. Die Situation hat sich geändert, Tom. Ich musste entscheiden, auf welcher Seite ich stehe. Sorry, aber deine Seite wäre glatter Selbstmord. Mit Mord kann ich allerdings leben. Du hast Polly umgebracht? Nun, ich war mehr ein Vollstrecker. Das gleiche wie in deinem Fall. Das hätte ich niemals von dir gedacht, Sam. Naja, ich hab gute Laune. Meine Aktien steigen. Und ich, ich hab eine Tasche voller Geld gefunden. Deine Partner zu töten ist also nur ein Riesenspaß? Vielleicht sollte ich es mal probieren. Hm, es ist nicht schlecht. Aber dir fehlt es an Gelegenheit. Es ist niemals zu spät, damit anzufangen. Schätze, so etwas wie Ehre hast du nicht mehr. Ehre hat keine Bedeutung. Das ist das Geschäft. Und du hast die ungeschriebenen Regeln einmal zu oft gebrochen, Tom. Eigentlich sollte es mir leid tun. Aber Geschäft ist Geschäft. Ich wusste nicht, dass ich der Grund für die Probleme der Familie war. Wirklich? Du hast gemacht, was du wolltest, Tom. Du hast Frank nicht getötet. Du hast diese Hure hinkommen lassen und das mit der Bank. Du kannst nicht tun, was du für richtig hältst, weil du keine Ahnung hast. Du kapierst nicht, was deine Handlungen bewirken. Der Don ist der Denker. Du warst niemals ein großer Denker. Deshalb brauchst du ihn. Das gilt nicht für mich. Ich kann selbst denken. Don Salieri meint, dass er nicht wegen deiner lächerlichen Gefühle in den Knast gehen wird. Und da stimme ich mit ihm vollkommen überein. Don Salieri mochte dich wirklich, Tom. Und ich mochte dich auch. Wir weinen gemeinsam auf deiner Beerdigung. Du armes Schwein, Sam. Du tust mir echt leid. Dafür bin ich am Leben. Schade, dass du das Geld nicht ausgeben kannst. Aber keine Sorge. Wir geben Sarah ein wenig davon. Du weißt ja, alleinstehende Mütter haben es heutzutage schwer. Der Don kümmert sich um sie. Er ist nicht so ein Monster, wie du glaubst. Adieu, Tom. Nett, dich gekannt zu haben. Macht eure Sache gründlich, Jungs. Und bitte, lasst ihn nicht so lange leiden. Er ist mein Kumpel. Genug geredet. Man, man, man. Sehr gut, Tobi. Sehr geil. Ab mit dir. Und jetzt sind wieder wir an der Reihe. Oh, oh, oh. Hier dahinter? Äh, dann wechseln wir mal auf die Thompson. Travier, mein Freund. Hier. Ah, hab ich euch. Wir haben ja schon wieder Lebensenergiepunkte abgezogen. Hör auf, das fehlt sich hin und her zu laufen. Ich... Ja, jetzt reicht's aber. Mann, du Sack. Hier hinter der Treppe müssen... Da ist er doch. Weg. Ei, ei, ei. Und da kommt der Nächste. Mann, Mann, Mann. Ach, auch tot. Juhu. Ja, jetzt heißt es, erwehre dich deines Lebens. Von wegen Sam, unser guter Freund. Blöder kleiner Drecksack. Ich krieg dich, Sam. Ich krieg dich. Du wirst genauso sterben wie alle anderen. Du tötest Tommy. Ollie, meine ich. Einfach so. Und jetzt willst du auch noch mich töten. Hey, 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 mein Freund. Alles ist gut. Geht doch. Arsch. Sie. Arsch. Okay, hier sind auch noch so ein paar. Gruselkerle. Der ist schon mal tot. Der ist schon mal tot. Noch haben sie mich nicht getroffen. Der ist schon mal tot. Da hinten ist doch einer langgelaufen. Ich hab dich doch genau gesehen, du Sack. Der will mich doch nur in eine Falle locken. Na, komm da raus. Okay, hier schmeißt einer Granaten. Das weiß ich. Zack. Da waren sie doch. Die Granaten. Ah, Tommy. Weg, weg, weg. Wo ist der mit seiner scheiß Thompson? Da. Ja, ich auch. Habe ich den jetzt mit der Thompson? Yo, ich hab ihn. Ei, 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 ei. Ich glaube, das waren sie alle. Gib mir mal die Thompson. Und hier hinten ist aber keiner mehr, ne? Nip. Nip. Ja, sehr schön. So, ich gehe hier mal rückwärts die Treppe hoch. 69 zu Lebensenergie. Ja, das ist aber noch gut. Weil jetzt gleich folgt hier direkt das nächste Video. Und, äh, ja, dann heißt es wieder weiterfliehen. Ah, ich hab schon ganz schweißige Hände. Die Jungs haben dich offenbar unterschätzt, Tom. Naja, hoffentlich haben sie dieses Mal mehr Glück. Nein. Jungs, passt auf, dass ihr nichts kaputt macht. Hier stehen jede Menge schöne, teure Sachen herum. Ja, und jetzt heißt es, lauf, Tommy, lauf, 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 lauf. Oh, so viele Kakerlaken, die auf uns schießen wollen hier. Na los, kommt her. Ich weiß, hier stehen allerhand Kerle. Guck, da kommt schon einer. Hätt's wohl gerne, mein Freund. Du mit der Thompson als erstes. Und dann du mit der Schrotflinte da oben. Schnell zur Seite. Gut, dass der nicht schießen kann, der Sack da oben. Aber ich treffe ihn jetzt gerade hier auch nicht. Doch, jetzt. Jetzt stirb endlich. Du Arsch. Meine Güte. Ah, geht doch. Und da steht auch irgendwo einer. Ja, guck, da steht er doch. Der ist auch Geschichte. Sehr schön. Das läuft. Ja, 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 ja. Hier stehen wir, glaube ich, ganz gut. Nein, nein. Tommy. Mach keinen Unfug. Nachladen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hier kommen wir schon wieder. Siehste? Hier kommen jede Menge Ganoven auf uns zu. Wo ist er denn? Da steht auch einer mit einer Thompson rum. Das weiß ich. Nein, nein, nein. Mein Freund. Von dort triffst du mich erst gar nicht. Weg. Weg. Irgendwo steht einer mit einer Thompson rum. Da ist er doch. Weg mit dir. Mann. Halt. Wo, 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 wo? Da. Hallo, mein Freund. Meine Thompson hat eine höhere Reichweite. Das ist eine komische Kanone. Weg. Weg. Das waren sie jetzt hier wieder, oder was? Huh. Immer noch 65 Lebensenergiepunkte. Ja. Ja. Ja, ich glaube, das waren sie hier. Juhu. Deswegen ist es immer... Also, für mich ist es immer... Es mag Leute geben, die schaffen das auch ohne bei dem... Wie hieß der nochmal? Pete? Pete? Yellow Peak? Pete? Irgendwie sowas. So, hier gibt es ein Heilkofferchen, aber hier gibt es auch eine nette Granate zur Begrüßung für das Heilköfferchen. Ja, 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 ja. Da bin ich mal gespannt, wer hier als jetzt stirbt. Komm her, mein Freund. Warum schießt du denn die Säule an, Mensch? Hier bin ich. Da, da, da. Geht doch. Und der Kollege hat meines Wissens nach... Ach komm, warum kann ich dich nicht anwählen? Sag ich doch. Eine nette Handgranate dabei? Äh, brr. Gib mir die Thompson. Brr. Ja. Und dass ich diese Wege hier so... Und weiß, wo die alle stehen und so, liegt ganz klar da dran, dass ich das beim ersten Mal so oft durchspielen durfte. Ich bin permanent, bin ich gestorben, weil das einfach so viele Kakerlaken hier sind. Jetzt komm, stirb da hinten auch. Hier um die Ecke stehen noch zwei. Ich glaube nicht, mein Freund, stirb einfach. Ah. Mann. Aufregend. Aufregend. Huh. Aber wir nähern uns mit ganz großen Schritten dem guten Sam. So. Hier sind auch nochmal zwei Kollegen. Hallo, mein Freund. Ich hab dich doch schon gesehen. Oh, du bist das arme Schwein mit der Lupara? Du Drecksau! 38 Lebensenergiepunkte. Oh. Komm raus da hinten. Ich weiß, dass da einer steht. Na komm schon. Ich wusste es doch. Ja, ich auch. Komm her. Ihr geht mir nämlich mächtig auf den Keks. Mann, 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 Mann. So, und hier. Aufgepasst. Thompson's. Hahaha. Und dafür ist ganz gut diese Granate. Volle Granate, Renate. Ah, nee. Und wirf Tommy. Und. Ja. Ja. Na, seid ihr beide tot? Sehr schön. Na, einer noch. Nur noch einer hier unten. Und dann hab ich's ja alle erledigt hier. Dann gibt's nur noch Sam. Hallo, mein Freund. Hahaha. In den Rücken geschossen. Ja. So, laden wir mal unsere Thompson nach. Hier sind noch zwei Thompsons. Juhu. Und dann Thompson aufheben. Thompson aufheben. Och Gott. Die geben mir noch nicht mal volle Muni. Was ist denn das für eine Nummer? Jetzt muss ich echt nochmal rumlaufen hier. Um mir noch ein bisschen Muni zu holen. Naja, nützt ja nix, ne? Das kriegen wir auch nur hin. Wie gesagt, ich, ähm, ach, hab ich ja noch gar nicht gesagt, ne? Ah, das ist ganz witzig. Ich hab mir jetzt YouTube-Erlaubnis geholt, eventuell mal längere Videos aufzunehmen zu dürfen, weil ich das Ende nicht zerstückeln wollte. Ich hab's versucht und da waren aus diesem Part hier drei Videos entstanden, das eine von gerade mal sieben Minuten Länge. Hey, 88 Lebensenergie-Punkte. Das ist geil, weil unser kleiner Sam ist nicht gerade einfach. Wie gesagt, ich habe mir die Erlaubnis eingeholt, längere Videos machen zu dürfen. Ich hoffe, ihr... Euch ist das so recht und, ähm, ich hoffe, es wird nicht ganz so lang. Es kommt jetzt drauf an, wie oft ich hier sterbe. Anscheinend hast du deinen neuen Partner unterschätzt. Vielleicht solltest du die Seiten wechseln. Es ist noch nicht vorbei, Tom. Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen, Sam. Salieri hat auch dich gelingt. Wovon redest du? Wir wären beinahe wegen dieser dämlichen Zigarren draufgegangen. Salieri wusste, dass der Job riskant war. Zwischen den Zigarren waren nämlich Diamanten versteckt. Und er wollte uns nichts davon abgeben. Deshalb wollte Pauli die Bank überfallen. Weil er erkannt hatte, dass Salieri uns ausgenutzt hat. Er hat mir von den Diamanten erzählt, Tom. Er wollte sie nur geheim halten, damit niemand wusste, wo sie waren, bevor er sie verkauft hatte. Und die Diamanten hatten nichts mit der Tatsache zu tun, dass du Frank nicht getötet hast. Er hat die Omerta gebrochen. Was ist schlimmer, Tom? Woher weißt du, dass ich Frank nicht getötet habe? Mach dafür jemand anders verantwortlich, den du verschont hast. Du bist zu weich. Sie kam zurück in die Stadt und wir fanden sie durch Zufall. Scheiße. Tom, Tom, Tom. Du weißt doch, dass man Frauen nicht trauen kann. Ich verstehe ja, dass es nicht einfach ist, die beste Freundin deiner Frau umzulegen. Ich hätte es für dich erledigen sollen. Mich hat sie auch angefleht und geheult. So haben wir gemerkt, dass auf dich kein Verlass ist, haben nachgeforscht und die Sache mit Frank rausgefunden. Sam, glaubst du wirklich, dass alles so enden muss? Es gibt noch eine Chance. Es gibt keinen Weg mehr zurück, Tom. Tut mir leid. Und jetzt heißt es, töte Sam. Ja, dafür... Nicht so weit nach vorne. Der steht nämlich da hinten und versucht uns abzuballern. Wir haben 88 Lebensenergiepunkte. Ich warte mal ein bisschen ab, bis er seine Waffe geleert hat. Na, komm schon, Sam. Schieß, du kleiner Racker. Ah! Guck. Der ist nämlich echt schwer zu kriegen, der Sack. Jetzt. Jetzt bin ich dran. Komm her, Sam. Ah! Ja. Siehste. Das ist das Ding. 88 Lebensenergiepunkte. Ich baller wie wild auf ihn ein. Und das passiert. So, das Video haben wir allerdings schon gesehen. Das werde ich jetzt nicht nochmal aufnehmen. Gut, jetzt mal ein bisschen Konzentration hier. Na, komm schon, Sam. Schieß. Du Blödmann. Na, komm schon. Schieß doch. Los. Ja, 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 ja. Genau. Verballe mal ruhig deine Muni. Na, komm. Ja, so ist er fein. Braver, Sam. Braver, Sam. Das machst du gut. So, jetzt aber. Jetzt aber, Sam. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran, mein Freund. Huh. Ich glaube, das war es mit ihm. Ah. Ja. Ja. Ha, ha, ha. Sehr gut. Und, und, ja, wir folgen natürlich dieser Blutspur. Entschuldigung. Jetzt hatte ich keine Zeit, mein Mikro zu muten, weil der kommt hier gleich wieder ums Eck, der Sack. Das weiß ich ganz genau. Und der kann uns onehitten, der Sack. Aber diesmal nicht geschafft. Ach. Genau. Geh weg, Sam. Flieh, du kleiner Verbrecher. Du bist ja ein Freund. Wie oft haben wir dir das Leben gerettet, du Sack. Ja. Ja. Und das ist der Dank. Das ist der Dank, Sam. Oh, oh. Hör. Ha. Verdammt. Hey. Es ist wieder die gleiche Situation, Tom. Und wieder kannst du nicht entscheiden. Scheiße. Ja, mag es wohl laut sagen. Das mag es wohl laut sagen. Ja, wird unser Tommy ihn jetzt wirklich erschießen, ja oder nein? Er fahrt es demnächst. Tut es weh, Sam? Tut es weh, mein Freund? Geschieht dir ganz recht. Oh, der blutet ja so richtig übelst. Ah, versuchst du wieder zu entkommen zum Onkel Doktor Sam? Oh oh. Das war's. Das war's. Du hast es getan, aber die kriegen dich doch. Salieri wird dich kriegen. Er war auf deiner Seite, du Ratte. Du bist gefährlich, Tom. Und Pauly? Er war sich nie, nie sicher, dass du seinen, seinen Tod nicht vergeben würdest. Du, du musst dich verstecken wie ein Geächteter. Und eines Tages kriegen sie dich. Genau wie bei Frank. Die haben ihn gefunden? Du hast sein Leben nur verlängert. Aber schließlich haben sie ihn auch gefunden. Und Frank war der einzige wirkliche Freund des Don. Freundschaft ist ein Scheißdreck wert. Das war's mit dir, Sam. Freundschaft ist also ein Scheißdreck wert. Und der Meinung bin ich nicht. Ich habe sehr, also viele Freunde nicht, aber sehr gute Freunde, auf die ich mich verlassen kann. Und das ist die Hauptsache. Und ich hoffe, meine Freunde können sich auch so ein bisschen auf mich verlassen. Ja, Epilog genießt das Ende. Dann waren Sie das also auch? Sie zerstörten die Gemäldesammlung, die ein paar Millionen Dollar wert war? Nicht mit Absicht, aber es ist irgendwie passiert. Na, wenn's weiter nichts ist. Ich konnte dort schnell verschwinden. Es war nicht ganz einfach. Ich war wirklich in Gefahr. Aber ich schaffte es. Ich schnappte mir Frau und Tochter und verließ das Land auf der Stelle. Sam hatte Recht. Wenn Sie Frank in Europa gefunden und noch fünf Jahre nach seinem Verschwinden hingerichtet hatten, würden Sie mich nach meinem Betrug nicht entkommen lassen. Und Sie sind gewillt, all das, was Sie mir jetzt gesagt haben, auch vor Gericht. Und gegen all diese Männer auszusagen. Denken Sie nicht, dass Sie die Sache dadurch nur noch schlimmer machen? Was Sie jetzt vorhaben, ist mehr als ein Vergehen. Es ist Hochverrat. Wenn diese Männer ins Gefängnis gehen oder besser hingerichtet werden, können sie sich nicht mehr an mir rächen. Wenigstens nicht so leicht wie in Freiheit. Ich bin bereit, gegen sie auszusagen, wenn sie mir unseren Schutz gewährleisten und meiner Frau, meiner Tochter und mir eine neue Identität garantieren. Wenn wir das alles schaffen, wird das der größte Prozess, den dieses Land jemals erlebt hat. Ein interessantes Angebot. Ich weiß nicht, ob es moralisch ist, jemandem wie Ihnen zu helfen. Aber ich schätze, das Resultat ist es wert. Ich denke, wir helfen Ihnen. Super, mein Freund. Danke. Ja, jetzt folgen noch ein paar wirklich lange Videos. Ich werde auch weiterhin da ein bisschen schweigen. Genießt es einfach. Und ich melde mich im Abspann wieder. Bis zum Prozess ging alles glatt. Ich saß in meiner Zelle und schrieb die Beweise gegen die Leute nieder, mit denen ich gearbeitet hatte. Und mit denen ich zehn Jahre lang befreundet war. Der Prozess war riesig und versetzte das Land in einen Schock. Salieri und einige seiner Killer wanderten auf den Stuhl. Die kürzeste Strafe betrug acht Jahre. Ich verbrachte die gesamte Zeit in einer Zelle, an einem geheimen Ort, ohne Besucher. In der ganzen Zeit sah ich weder Sarah noch meine kleine Tochter. Aber es hat sich gelohnt. Norman besorgte uns eine neue Identität und schickte uns an das andere Ende der Staaten. Ich arbeitete als Fahrer für ein angesehenes Unternehmen. Wir begannen ein völlig neues Leben. Dieser Frieden wurde nur durch den Krieg unterbrochen, aber wir schafften auch das. Mr. Angelo? Äh, ja? Mr. Salieri schickt Ihnen Grüße. Wissen Sie, die Welt wird nicht von geschriebenen Gesetzen regiert, sondern von Menschen. Entweder mit Hilfe der Gesetze oder nicht. Es kommt auf jeden Einzelnen an, wie seine Welt ist, was er aus ihr macht. Und man braucht eine gehörige Portion Glück. Damit einem niemand das Leben zur Hölle macht. Und es ist nicht so einfach, wie man in der Grundschule lernt. Aber es ist gut, hohe Ideale zu haben und daran festzuhalten. In der Ehe, beim Verbrechen, im Krieg, immer und überall. Ich hab's versaut. So wie Pauli und Sam. Wir wollten ein besseres Leben, aber am Ende ging es uns schlechter als den meisten anderen. Wissen Sie, es ist wichtig, das richtige Maß zu finden. Ja, Maß, das ist das richtige Wort. Der Typ, der zu viel erreichen will, riskiert absolut alles zu verlieren. Und derjenige natürlich, der zu wenig vom Leben will, kriegt vielleicht gar nichts. Ende gut, alles gut oder auch nicht. Unser Tommy wurde erschossen. Am Ende, im zarten Alter wahrscheinlich von irgendwie 50 Jahren. Keine Ahnung, wann das alles passiert ist. Ja, jetzt läuft auch nur noch der Abspann. Es war klar, dass das Überleben lassen der Prostituierten und natürlich von Frank Konsequenzen haben würde. Und das war's, die Konsequenz daraus. Tommy wurde zum Geächteten. Natürlich auch noch mit dem Banküberfall. Was für ein dämlicher Einfall von Pauli, ehrlich. Aber Story-mäßig supergeil. Ich habe dieses Spiel wirklich lange, lange gesuchtet. Deswegen fällt es mir auch so einfach, irgendwie zu wissen, wo die Leute alle stehen und etc. pp. Macht das Ganze, wahrscheinlich das Zugucken, eher so ein bisschen langweilig. Weil wahrscheinlich, möchtet ihr sehen, wie man öfter stirbt. Wird eventuell passieren. Ich habe jetzt als nächste Projekte ein paar nette Spiele. Ein Point-and-Click-Adventure-Spiel, auch ein uraltes. Und, ja, lasst euch mal überraschen. Naja, jedenfalls zu diesem Spiel noch sehr wenig Bugs. Die einzigen größeren Bugs, die es in dem Spiel gibt, ist tatsächlich diese Hafen-Mission. Wo man die, äh, sag ich schon, Zigarren holen soll. Also da sind mir die unmöglichsten Sachen passiert, wenn ich das Spiel, ähm, ja, dieses Mal hat es geklappt. Diesmal lief es funks perfekt, ja, ohne jegliche Probleme. Aber was ist mir alles da schon einige Male passiert? Dass sie einfach auf mich geschossen haben. Aus heiterem Himmel heraus plötzlich werde ich erschossen. Warum auch immer. Ich mache nichts Böses. Ähm, und werde einfach erschossen. Ich glaube, ich konnte einmal sogar die Kisten nicht aufheben. Sehr komisch, war aber so. Aber gut, dieses Mal hat alles wunderbar geklappt, auch in dem Kapitel. Und ansonsten sind die ganzen Kapitel, die man so nach, also spielen muss, echt super. Und wahrscheinlich war das auch deswegen, warum ich dieses Spiel so gesuchtet habe. Ja, gut. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen. Bleibt sauber und vor allen Dingen gesund, weil Gesundheit ist das höchste Gut, was wir im Leben haben. Und bis demnächst dann in diesem Theater, wenn ihr denn so wollt. Tschüss.